Das war's für heute. 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 Das ist wieder so typisch Domme. Ähmomme. Schichtig tut wie das Hass, wo du bei Obluf nix bald kaufen musst. So muss. Klatscht sich da die Dinger auf dem Ding. Die hast du jetzt echt gegessen, oder was? Äh, weh. Äh, weh, weh. Weiße, das ist doch scheiße, lol. Das gibt's doch wohl nicht. Doch. Bei Roller. Auch online, lol. Die dachte ernsthaft, die macht sich diese Kanacken aufm Bauch, kann dabei kacken und kann dabei ne Tüte shit essen. Wie dumm ist die? Jetzt ist hier Schluss. Gib der Gerät her. Und jetzt hilf mir lieber den Sauce-Tram zu entsorgen, hier. Ba-ba-ba. Wo hast du noch mehr? Ach, Kuckelal. Ach, Kuckelal. Das sind bestimmt drei Kalorien. Joach. Boah, da hat die mich da schon wieder so überfallen. Und dann hat sie mich da schon wieder so überfallen. Und dann hat sie den Shit noch entdeckt und hat in den Müll geschmissen. Und ALLA in den Müll geschmissen. Und ich war ALLA los. Soos. Weißt du was? Du wirst jetzt noch die Judith anrufen und wirst mit ihren Termin vereinbaren zum Scheißen. Los. Ja. Hi. Hallo. Hör mal, hast du Lust Scheißen zu gehen? Das soll ja wohl ein Witz sein. Du wirst jetzt noch Big Shark anrufen. LOL. Ja. Asni. Hallo. Yeah, big man. Hast du Lust scheißen zu gehen? I'm in Miami, brother. You don't know. Scrub. Pop, pop. You did too. Super. Hallo. Was soll das denn? Jetzt muss ich ALLEINE scheißen. Direkt nach dem Scheißen wirst du mich anrufen. Und wirst mir erzählen wie viel und wie es dir Spaß gemacht hat. Einer muss ja schließlich auf sie scheißen. LOL. Aber das soll. Aber da ist glücklich. Da habe ich an einem Kaspen nicht in der Kiste die Jenste. Aber das soll gut sein. Und das soll mich dann auch nicht in der Kiste die Jenste. Und das soll ja noch gar nichts vertreten. Ich mal das. Wir haben das. Aber ich hab das Ding nicht in das Gefühl. Aber das soll ja auch nicht in der Kiste denken. Und da weiß ich nicht ganz gut. Und ich habe das was. Und ich kann's nicht da noch einen Neckler. Und ich kann's nicht in das Gefühl. Und ich kann's nicht in die Kiste was ich da noch noch aus. Bis zum nächsten Mal.